Neben diversen TV-Auftritten, Single-Releases und Urlaubsreisen gibt es auch in Sarah Engels Leben eine eher unglamouröse Seite. In einem Instagram-Reel berichtet sie ihren rund 1,7 Millionen Followern von ihrem jüngsten Erlebnis in den heimischen vier Wänden. Als ich gerade die Treppe am Putzen war, hat sich mein Sohn beschwert und gesagt, draußen Roller fahren ist sowas von langweilig, schildert die Sängerin. Mit acht Jahren geht Alessio, der aus Saras früherer Ehe mit Pietro Lombardi, 31, stammt, wie andere Kinder in seinem Alter auf die Grundschule und kommt nach dem Unterricht in den Genuss von jeder Menge Freizeit. Klar, dass da auch schon mal Langeweile aufkommt, besonders wenn die Mama anderweitig mit Hausarbeit beschäftigt ist. Glücklicherweise wusste sich Sarah im beschriebenen Szenario zu helfen und trickste ihren Erstgeborenen kurzerhand aus. Auf Alessios Langeweile-Aussage habe sie bloß erwidert. Dann tauschen wir. Ich gehe draußen Roller fahren und du machst die Treppe sauber, erklärt Sarah im Video und setzt ihren Vorschlag prompt in die Tat um. In der nächsten Sequenz ist sie mit Helm auf einem City-Roller zu sehen, wie sie durch die Nachbarschaft düst. Hüi, bis gleich, ruft sie ihrem Söhnchen noch eben gut gelaunt zu. Ach, und kannst du vielleicht auch einmal nass drüber wischen? Danke. Und tatsächlich hat die Aktion laut Sarah den gewünschten Effekt bei Alessio erzielt. Ihr glaubt gar nicht, wie schnell er seinen Roller wieder zurückhaben wollte. Plötzlich war es ein absolutes Highlight, beschreibt sie die Reaktion ihres Sprösslings. Bei ihren Fans sorgt Sarahs Mama Trick für Erheiterung. Neben unzähligen Lach-Amojis kündigen andere Elternteile in den Kommentaren an, die Masche künftig auch bei ihren eigenen Kindern anzuwenden. Das schlag ich nächstes Mal auch vor. Meine Neunjährige findet aktuell auch alles, was ich vorschlage, langweilig. Solidarisierte sich eine Userin mit Sarah und bekam dafür viel Zuspruch.